murder mystery 2 eine netflix neu veröffentlichung gut vier jahre nach dem ersten film und wir führen einfach das bekannte konzept fort wir haben unsere hauptfiguren das sind nick und audrey spitz gespielt von adam sandler und jennifer aniston die hatten im ersten teil eine urlaubsreise gemacht sind da in einen mordfall geraten und hatten weil sie sowieso ein faible für gräzel hatten ganz viel spaß und ganz viel abenteuer bei der lösung des ganzen zwischen den beiden filmlingen also jetzt vier jahre und das sequel kündigt jetzt an was in der zwischenzeit passiert ist nämlich die haben versucht sich mit einer detektei selbstständig zu machen sind damit aber nicht wirklich zu potte gekommen und hängen jetzt ein wenig in den seilen da kommt eine einladung zu einer hochzeit zu der sie fahren allerdings dauert es dort dann nicht allzu lange bis der erste gast bzw anwesende nicht mehr ganz lebendig ist es kommt zu einer entführung es gibt explosionen und aus der scheinbaren hochzeit wird nach und nach immer mehr und immer größeres die beiden versuchen einerseits im leben zu bleiben andererseits natürlich die zusammenhänge aufzuklären absolute blaupause wenn man das so beschreibt und ich sag mal so es gibt diesen witz wo einer fragt wie war dein wochenende und der andere antwortet hell dunkel hell dunkel montag und so ähnlich würde ich das empfinden dieses films beschreiben da waren bilder die waren vor meinem auge die sind sogar in mein auge gegangen aber nicht weiter rein und schon gar nicht bis ins hirn das heißt ich habe hier gut kompakte 95 minuten bewegtbild gesehen und man kann die erwartung jetzt schon daran einrichten dass es happy medicine im vorspann stehen hat happy medicine ist adam sanders produktionsfirma und der deal den der mit netflix hat der ist ja seit jahren eine präsente sache der haut im jahr ein zwei netflix dinge raus exklusiv für dort und kassiert sich daran dumm und dämlich so wie er vorher auch schon gemacht hat er hat wie immer die ein oder andere bekannte person in nebenrollen da drin und ja letzten endes möchte ich über diesen film schon gar nicht mehr reden weil er für mich absolut sinnbildlich ist für netflix titel kostengünstig produziert oder zumindest ohne rechten aufwand weil wir haben an manchen stellen einfach wieder deutlich sichtbar das sind orte die im film gezeigt werden an denen die darsteller nie gewesen sind also mit rückprojektionen und sonstige und leider als solches erkennbar der film ist auf die beiden hauptfiguren ausgerichtet wobei adam sandler so ein bisschen im leitmodus ist also hier wird jetzt nicht wahnsinnig viel unter die gürtellinie gegangen aber er und jennifer aniston sind adam sandler und jennifer aniston und für mich keine ausgebildeten charaktere es ist einfach ein netflix produkt einfach gefilmt sind die story kurzweilig mit den zwei als lohnender punkt oder als verkaufsargument auf dem cover oder eben auf dem bild was man angezeigt bekommt und mein gott ich habe filme vor 20 jahren gesehen an die ich mich heute noch erinnere liegt natürlich daran dass ich auch damals anders drauf war aber das ist wirklich so ein film da rein da raus und beim abspann habe ich schon vergessen was ich da gerade gesehen habe so absolut generische krimi kost beziehungsweise ich bin ja gar nicht versucht ein krimi zu sein dazu ist alles zu übersteigert zu überhöht es ist einfach nur eine komödie in der beide sich präsentieren mit dem was sie am besten können es gibt noch ein paar nette nebensachen mark strong hat eine passable nebenrolle hier und da gibt es einen kniff hier und da gibt es eine kleine wendung aber trotzdem ist alles so überhöht dass man es jetzt nicht für einen plausiblen krimi nehmen könnte wo man versucht mit zu raten und da wir ja in einem unrealistischen überhöhten metier sind kann auch der ein oder andere clue und noch einen drauf das ganze nicht verändern letztlich ist es so das ist ein künstliches generisches produkt das man jetzt einfach einschalten durchlaufen lassen kann man einen schönen Abend dafür hat man netflix aber für mich ist es halt genau diese art von standard produkt dass den schnitt die erwartungshaltung auch die ansprüche des zuschauers eher nach unten schrauben und deswegen sollte sowas nicht geben oder beziehungsweise es hat es schon zu lange gegeben und wenn man mit sowas rundherum zufrieden ist wenn ich jetzt eine review machen würde und begeistert sagen würde das ist ein klasse teil das müsst ihr gesehen haben dann wäre das ganze erfüllt aber ich glaube ich möchte noch mehr also nicht mehr von diesen filmen sondern ich möchte von einem film mehr als das generische standard ding was ich hier bekomme ich glaube manch einer wird den schauen und wird einen schönen Abend haben und dann werde ich das nicht verurteilen aber unter der sicht ob das ein guter lohnender film ist kommt er bei mir nicht über zwei von fünf wie seht ihr das habt ihr den ersten gesehen habt ihr lust auf diesen reicht euch die star power von adam sandler und jennifer aniston erzählt das doch mal in den kommentaren unter diesem video ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen daumen da lassen gerne ein abo und wir sehen uns gerne zur nächsten kritik macht's gut bis dann